Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan in Dinkesbühl. Ja, ich bin gerührt, ich bin wahnsinnig positiv überrascht, ich bin nicht zu sagen echt geflasht über die ganzen mega tollen Reaktionen von euch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seid die Menschen, die mich antreiben, das zu tun, was wir tun, wie wir es tun. Und dass man dann doch immer wieder auf dem richtigen Weg ist, weil man zweifelt halt schon manchmal, wenn man so blöde Kommentare kriegt und quasi schon so Vorwürfe kriegt. Man wird sich an den Spendengeldern selber bereichern und weiß der Teufel was. Ich will jetzt da gar nicht mehr drüber reden. Wie gesagt, die werden rückerroß vom Kanal geschmissen. Aber dennoch möchte ich jetzt genau das Gegenteil machen. Ich möchte mich bei euch allen bedanken über diese mega vielen positiven Kommentare von euch und auch über die mega Einsatz oder über diesen mega Einsatz von euch, die uns alle was zugeschickt haben für diese Aktion, die wir tun. Und ich möchte euch jetzt auch gleich mitteilen, wir betreuen hier aktuell mehrere Baustellen. Also zum einen haben wir in Dingesbühl acht neue Flüchtlinge gekriegt. Also wir haben Flüchtlinge bekommen. Das sind fünf Frauen und zwei Kinder, die aktuell meine Frau sehr stark betreut. Sie fährt da jeden Tag hin und guckt, was sie brauchen, was sie nicht haben, weil die kamen wirklich mit nichts, einer kleinen Reisetasche, die Kinder total verstört. Und da werden wir jeden Tag präsent sein, werden denen Sachen besorgen, was sie brauchen und die werden wir uns kümmern. Oder kümmern uns halt auch weiter um die. Dann haben wir noch eine Adresse und mega lieben Dank auch dafür, für eure ganzen Sachspenden, wo wir uns zukommen haben lassen. Super geil und das hilft mega. Das waren herzzerreißende Bilder, auch von den Damen, wo wir das dann abgeben, die jeden Samstag nach Polen fahren, um dort die ganzen Medikamente, Verbandsmaterialien und so weiter zu übergeben, damit die in die ukrainischen Krankenhäuser kommen. Also echt gigantisch, was da von euch für Feedback kommt und dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank. Auch die ganzen finanziellen Spenden mega, mega lieben Dank dafür, weil auch das hilft unwahrscheinlich. Wir können Dinge für die Flüchtlinge kaufen. Wir können den Flüchtlingen direkt helfen. Wir können Material, was gebraucht wird, für die kaufen. Also das ist echt bombastisch. Ihr tut da so viel für die ganze Situation. Und das wiederum motiviert mich, da noch mehr Energie reinzustecken und da wirklich noch mehr Gas zu geben. Aktuell setze ich mich auch am Montag nochmal mit dem Tobi zusammen, mit dem Camper-Tobi, weil wir halt doch auch noch vorhaben, definitiv auch selbst runterzufahren, um da auch einiges runterzubringen. Weil so schnell, wie die Ware kommt, was sehr gut ist und wie die vor allen Dingen da unten gebraucht wird, kommt das hier ja, kriegen wir das gar nicht weg. Und das wollen wir dann auch beschleunigen, indem wir selber nochmal fahren mit ein paar Autos und da nochmal richtig helfen und da richtig unterstützen und da alle miteinander anpacken, weil ich glaube, das ist bitter nötig. Und dafür wirklich, Leute, ganz, ganz lieben Dank. Und das kommt echt vom Herzen und bitte gebt es nicht auf, macht nur ein bisschen weiter, sendet uns Sachspenden und alles, was man braucht. Auch abgelaufene Mullbinden, Sanitätskästen, alles, was da ist, das kann man alles gut verwerten für die Thematik. So, jetzt aber auch wieder ein bisschen Technik. Heute haben wir ein wunderschönes Fahrzeug gebaut, also nein, Entschuldigung, nicht gebaut. Gebaut haben wir es letzte Woche, aber übergeben einen Niesmann und Bischof, wo wir eine Cinderella-Toilette verbaut haben. Ich habe euch ja schon gesagt oder angeteasert, wie es ausschauen kann und wie das Endergebnis sein wird. Das möchte ich euch zeigen. Unter anderem auch unser Fahrzeug, wo wir verkauft haben, wo aus der Vermietung rausging, wo wir ein bisschen umgebaut haben. Das möchte ich euch auch noch kurz zeigen und an, dass wir da kurz miteinander drüber gucken. Und am stolzesten bin ich wirklich auf die Cinderella. Unser Marc hat es richtig klasse gemacht. Also echt top und unser Peter hat die ganze Alarmanlage reingebaut. Echt auch super geil und da schauen wir uns das Ganze jetzt mal an und dann gehen wir mal ins Auto. Also, bis gleich. So, dieses Fahrzeug habt ihr schon mal gesehen, aber ich möchte es euch nochmals ganz zeigen. Hier haben wir ein bisschen was modifiziert. Wir haben hier einen Wechselrichter eingebaut von der Firma WCS. Dann haben wir einen Lithium-Akku eingebaut, eine Solaranlage eingebaut. Hier geht es richtig cool zur Sache. Den haben wir umgebaut. Das ist ehemalig ein Vermietfahrzeug gewesen von der Firma Lamarga. Und der wird heute ausgeliefert. Der wird heute abgeholt, kriegt einen neuen Besitzer. Was wir noch zusätzlich gemacht haben, hier einen schönen Fernseher eingebaut, eine Außensteckdose eingebaut. Dann haben wir hier hinten noch eine 230-Volt-Steckdose verbaut. Also richtig klasse, damit hier auch überall Strom ist. Wir haben hier alles neu instand gesetzt, was halt so war. Und ja, jetzt kann sich der Kunde darauf freuen, dass er das wunderschöne Auto kriegt. Ein bisschen modifiziert, wie gesagt. Ganz wichtig, dass er halt ein bisschen autark stehen kann. Das ist richtig schön. Das Bad ist auch schön hier mit der Schiebetür. Schöne Einzelbetten. Dann haben wir hier die Badsituation als solches. Auch schick. Also gefällt mir richtig gut. Und ja, da sind wir jetzt gespannt, was er sagt. Er hat es ja noch gar nicht gesehen. Auch den Einbau finde ich richtig klasse. Gut gelungen. Jetzt heize ihn nur ein bisschen vor. Und dann werden wir hier mal noch ein bisschen einschalten, damit hier Saft auf der Hütte ist, damit das ganze Ding noch voll ist. Dann entsprechend. Und dann freuen wir uns, wenn er kommt. So, hier haben wir jetzt einen kleinen Einbaufortschritt von unserem Niesmann und Bischof. Also, ich möchte euch hier mal zeigen, vom Aufwand her. Also, wir haben hier die ganzen Gashähne. Jetzt mussten wir natürlich noch einmal einen Gashahn dazu machen, weil wir brauchen ja für das Cinderella-Toilette auch noch einen Gashahn. Den haben wir jetzt da hinten hingemacht. Ist zwar ein bisschen schwer zugänglich, aber da hinten taucht er oder das passt, weil so oft muss man da ja nicht ran, um den Gashahn zu schließen. Aber ihr seht schon, das ist ziemlich aufwendig, weil von hier müssen wir jetzt die Gasleitung einmal hier unten durch den Boden und dann hier runter und bis ganz dahinter in die Toilette ziehen. Also, echter Aufwand. Und jetzt werfen wir mal einen Blick da rein. So schaut das Ganze im noch nicht fertigen Zustand aus. Wir haben jetzt hier alles eingepasst. Und seht mal, das war ja das Schränkchen mit den drei Türen vorher. Ist das nicht geil? Schaut das nicht geil aus? Richtig schön eingepasst. Also, hier hat man dann auch richtig schönen Platz, wo man schön auf Toilette gehen kann. Und wir haben hier den Vorteil, Wupp, wir sehen keinen Kamin, weil wir konnten nämlich hinten im Kleiderschrank, das sehen wir hier, das Ecknutzen sind hier hinten raus und Wupp, gehen hier hoch und machen hier unseren Kamin-Austritt. Das wird alles noch verkleidet, wird noch alles schön gemacht, damit wir natürlich dementsprechend nichts mehr sehen. Und, also, ich finde das hier richtig gelungen. Also, schaut richtig klasse aus. Und jetzt seht ihr mal so eine Cinderella auch, wie die ausschaut, im nicht verkleideten Zustand. Und ich glaube, ihr könnt schon ahnen, warum ich immer sage, in der Nasszelle ist das ganz schwierig, so eine Toilette zu verbauen, weil hier viele Kontakte, Relais, elektrischerseits verbaut sind. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. So, was wir jetzt noch machen, ist hier dann eine schöne Blende davor setzen, das alles wieder schön verkleiden, damit das alles schön ausschaut. Ja, und dann ist das, Thema auch schon wieder durch. Und da zeige ich euch im Teil 2, wie das dann ausschaut, wenn es fertig ist. Dann haben wir hier natürlich noch eine Alarmanlage eingebaut und ein Ladebooster. Drum ist hier vorn auch alles noch zerlegt. Das ist einmal der Grund, warum ich solche Videos immer erst zeige, wenn der Kunde sein Auto wieder geholt hat. Weil da ist das wesentlich geschickter. Und wenn wir jetzt hier reingucken, dann sehen wir gleich den Ladebooster. Aurox. Genau. Den haben wir nämlich hier verbaut. Von WCS ist hier schon einiges verbaut gewesen. Und ja, so weit, so gut. Passt alles. Und wir haben jetzt nur den Ladebooster dazu gebaut. Tolles Fahrzeug. Und ja, dann schauen wir mal, wie der zweite Teil ausschaut, wenn es fast fertig ist. Also. So. Und hier haben wir jetzt die Folge 2 von unserem Niesmann und Bischof. Hier hängt auch schon unser Mika-Hase. Das Fahrzeug ist wieder fertig. Das wird jetzt gleich auch übergeben. Hier haben wir eine Titronik-Alarmanlage eingebaut. Mit der Umrüstplatine natürlich. Wichtig ist das halt, weil dementsprechend die Code-Frequenz da drin halt tausendmal öfter wechselt wie beim Fiat Ducato Original-Schlüssel. Und so kann man jetzt mit dem Schlüssel auch ohne Probleme auf und zusperren. Macht überhaupt keine Probleme. Klappt wunderbar. Und dann ist auch die Alarmanlage gleich aktiv, wenn man zusperrt. Und das ist echt eine tolle Sache. Inklusiv ProFinder, Ortungssystem, Handy, Vernetzungsmodul und so weiter. Alles dabei. Und ja, richtig klasse. Das haben wir hier verbaut. Dann haben wir hier einen Ladebooster verbaut. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Die Geschichte haben wir da unten eingebaut. Da ist er. Der ist schon mal bei WCS gewesen. Hat ja hier dementsprechend schon mal einen kompletten Einbau von WCS gerichtet. Von uns hat er jetzt hier einen Ladebooster bekommen. Noch zusätzlich, damit der auch noch mit drin ist. Echt tolle Sache. Und den kennt ihr ja schon alle. Den habe ich auch schon oft genug vorgestellt. Hier oben haben wir dann auch die ganze Maschinerie. Sprich Heizung ist natürlich eine alte Heizung. Sprich Display von WCS, wo man natürlich den Batteriezustand auch betrachten kann und sehen kann. Jetzt drückt er gerade rein mit 67 Ampere. Also das ist echt eine tolle Sache. Wenn wir jetzt hier mal drauf gehen, sehen wir, dass er zwei Batterien da hat. Und ja, muss man sagen, echt tolle Geschichte. Und was haben wir noch gemacht? Das Allerwichtigste und Schönste. Nein, Quatsch. Aber natürlich auch eine tolle Sache. Und zwar, wir haben hier das Badezimmer verändert. Wir haben hier eine Cinderella Verbrennungstoilette eingebaut. Tolle Sache. Ist ein richtig geiler Einbau wieder geworden. Ihr seht, wir haben das hier hinten schön eingebaut. Die Heizung ist natürlich geblieben. Hier haben wir das Schaltpanel hingemacht. Die alte Blende haben wir hier dementsprechend zugemacht. Und da unten haben wir ein bisschen Originalboden eingesetzt. Alle Schrauben und Fugen wieder geschlossen, sodass das ausschaut, wie neu oder von Werk aus eingebaut. Jetzt fragt ihr euch, wo sind wir denn hier mit dem Kamin hoch? Ganz einfach. Hier hinter ist der Kleiderschrank. Und hier haben wir den Kamin reingebaut. Ihr seht's. Also echt eine tolle Sache. Wupp. Der Kamin. Und der geht schön aufs Dach raus. Und haben dann dementsprechend alles sauber angeschlossen, sauber verbaut. Die Cinderella brauche ich euch nicht mehr erklären. Gibt's genug Videos mittlerweile im Netz und von uns auch schon, wo ihr auch schon mal die Innereien gezeigt habt. Habt ihr ja schon gesehen, wie sie funktioniert. Auch das habt ihr schon gesehen. Was sich verändert hat, ist innen drin, das Innenleben. Die ist seit neuestem beschichtet. Weil hier Sache jetzt einfach mal laut Cinderella diese Filtertüte, wo man reinlegt, besser rutscht, damit da nichts haften bleibt. Und drum hat man die jetzt beschichtet. Ihr merkt, ich mache den Deckel auf und schon legt das los und der Ventilator läuft an. Also richtig tolle Sache. Also ich finde, mega Umbau. Schaut richtig klasse aus. Also Bravour hat unser Marc super geil gemacht. Und der Peter hat die Alarmanlage eingebaut, hat er auch super gemacht. Also echt, ich bin immer so mega stolz auf unser Team, weil das richtig, richtig klasse ist. Und ansonsten ist das echt ein richtig schönes Fahrzeug, wenn wir das so anschauen. Also gefällt mir richtig gut. Große Dusche. Also echt schöner Niesmann. Wird mir auch gefallen. Ja, das war's schon. Das haben wir hier gemacht bei dem Fahrzeug. War natürlich wieder ein großer Act, weil so ein Cinderella einbauen ist natürlich schon Nummer. Hier haben wir die ganzen Zubehörsachen. Hier haben wir dann nur die ersten Filtertüten, wo wir dafür brauchen. Und ich freue mich jetzt schon, wenn der Kunde kommt. Dann können wir das Fahrzeug wieder sauber übergeben. Und ich glaube, er freut sich auch, damit das Fahrzeug wieder in seinem Besitz ist. und dann kann er die Cinderella genießen und schöne Urlaube verbringen. Ja, so geil, oder? Das kam von den ganz lieben Menschen, die unseren Niesmann und Bischof, halt nicht unserer, sondern denen ihrer natürlich, Niesmann und Bischof, wieder geholt haben. Echt phänomenal. Und ganz lieben Dank auch dafür. Ihr wisst, vor wem das ist. Und ich muss bloß gucken, irgendwie muss ich meine Kilos mal in den Zaum kriegen, aber da wird das nichts hier, weil das schaut alles so geil aus. Also echt mega. Ganz, ganz lieben Dank. Und hier nur einen kleinen Überblick, damit ihr auch seht. Ich fange mal da hinten an, damit ihr auch seht, was wir hier alles vorbereiten. Hier haben wir die ganzen Spendensachen noch stehen, die wir noch haben. Auch hier Kartons und so weiter. Das wird alles durchsortiert von uns. Kinderspielsachen, super geil. Heftchen, alles was man brauchen kann. Warme Klamotten, echt geil. Absolut mega. Und dann geht's hier weiter, wo man auch noch mit Desinfektionsmittel, Nähzeug, Verbandskästen, hier Verbandskästen und so weiter. Also lauter Medikamente. Hier haben wir einen ganzen Sack voll. Also echt geil. Und das ist das, was wir gerade aktuell am meisten brauchen, damit wir dementsprechend das lostigern können, um den Herrschaften oder um den Menschen wirklich helfen zu können. Und das ist echt eine tolle Sache von euch. Und dafür nochmal tausend Dank. Auch der Niesmann und Bischof ist richtig gut geworden, finde ich. Würde mir gern wieder interessieren, was ihr so denkt. Dafür auch nochmal ganz lieben Dank für eure mega Beteiligung immer in den Kommentaren. Finde ich immer richtig geil. Macht auch immer richtig Spaß. Da dementsprechend so ein bisschen kommunizieren. Richtig schön. In dem Sinn darf ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich wünsche euch schon mal ein wunderschönes Wochenende, weil heute ist Freitag. und den Kopf nicht hängen lassen. Es wird schon alles gut gehen. Und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank über ein kleines Like freuen wir uns natürlich genauso wie ein kleines Abo. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020